So, weiter geht's hier bei MM3. Shadowman Flashback Stage am Start jetzt. So, jetzt hier aufpassen. Hier ist es richtig verschärft. So, die Stelle ist besonders tückisch jetzt hier. Egal. Für Leben hab ich jetzt eigentlich. Vier und vier E-Tanks. Okay. Nicht schlecht, aber auch nicht überragend gut. Ja! Kaum sag ich's! Warte. Ja. 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 Scheiße, ob das... Oh, ich hab's schon gesehen. Warum bin ich... Ich hab jetzt einfach nur gespielt gerade. Ich hab... Sonst hätte ich hier locker gejettet immer. Scheiße. Ah, das hab ich jetzt völlig vergessen. Verdammt. Scheiß Notte. Puh. Ja. Okay. So. Jetzt dran denken. Das hab ich jetzt voll verplant, ey. Ja, verdammt. Da war ich zu nah gerade. Egal. Das hab ich jetzt gerade völlig verplant. Aber sowas von, ey. So, jetzt aber. Vielleicht ist das Spiel ja noch so gnädig, falls ich nicht glaube und gibt mir hier noch ein Leben. Ein ungeplantes Leben, was hier nicht im Level rumliegt. Sondern was einen Gegner ausspuckt. So, runter. Da kam der erste Boss. Ich glaube, das war Woodman. Gegen Wood muss ich Needle nehmen. Okay, vier Tanks. Ja, Wood. Der war auch ein bisschen ekelhaft. Nee, nee, so nicht. Ja, gut. Ach, Quatsch. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Ja, gut. Ja. Schgi. Ja. Ja Ja Sinomadural Ja 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 Oh, okay. Jetzt fängt der Spaß ja an. Das ist nämlich der schwere Teil jetzt hier. Der Stage. Vor allem, weil diese Dreckskülter auch noch hier rankommen. Wie der zum Beispiel. Ich hasse die Dinger. Ich hasse die einfach nur. Ja. Was war hier jetzt? Oh, der hat dennoch. Dann haben wir es. So, okay. Wer war hier jetzt? Hier war Hitman. Hitman, Hitman. Wie viel Leben? Drei. So, okay. Ich versuch's einfach mal. Okay. Warum hab ich denn eben nicht gefeuert, ich Idiot? Egal. Auf, was Neues. Das war dumm, weil sonst kommt er ja nicht in meine Richtung geschossen, sondern macht nur seine Projektiere da. Ey, das ist ein Sitz gerade. Fast ungetroffen. Hallo. Nur wegen der eigenen Dummheit mal wieder, ey. So, gut. So, jetzt die schwerste, meiner Meinung nach, von allen Flashback-Stages. Die Sparkman-Stage. Wer jetzt noch fehlt, könnt ihr euch selber ausrechnen. Also, viel Spaß beim Rechnen. Äh, suchen. Ach, wer fickt euch. Nee, hab ich nicht gesagt. Entschuldigung, ist nicht ernst gemein gewesen. Türkisch, nicht wahr? Ich find's auch. So. Derwegen den Spaß, die es hier. Die Energie ist voll. Wir mutieren jetzt durch den Japsen zum, äh, Zirkus-Rotter. So. Türkisch. Auch wieder Türkisch. Den benutze ich grad nicht meinen Stern, ey. Verdammt. Das war dumm. Boah, und schon bin ich beim Erden. Warte, warte, warte. Wer war hier? Metal Man. Na, muss ich wieder sterben, oder? Kann ich das noch so schaffen. Im Leben. Nee, ich, ich versuch's so. Ja. Okay, safe hab ich hier schon mal. Und sogar ne Energiezelle. Oder Energiezelle. Zelle, mach, was ist das? Fickt euch. Die wieder, ey, die mag ich gar nicht, ey. Ich hasse die irgendwie. Das war schön rausgeglitscht. Hier wieder. Schade. So. So. So, warte. Ich ziehe. Genau. Hm. 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 Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich lasse mich sterben. Ich brauche da meine volle Energie gegen Quick Man. Das hilft nichts. Und die Waffe sind die Snakes auch noch. So, komm. So, jetzt. So. Oh Mann, ich darf nicht so gierig sein, ey. Ist echt wahr. Ich darf nicht so gierig sein gegen den Wichser, ey. So, jetzt habe ich hier eine letzte Chance. Ja, lol. Ey, normalerweise brauche ich hier kein Leben, kein einziges Leben bei dem Boss. Und maximal zwei Tanks oder mindestens einen. Aber ich bin hier so ausgerastet, als ich das gesehen habe, dass ich hier nochmal gegen so einen Witz hier nochmal was machen muss. Weil ich einfach nicht mehr konnte. Und das ist ja, wie ihr es ja von mir gewohnt hat, größtenteils alles am Stückspiel. So. Ah, ihr wisst ja, was jetzt kommt, ne? Genau. Die Augenbraue auf Doom. So ein Bauernkind, ey. So, hier lasse ich mich erst mal sterben. Weil ich nur noch ein Leben habe und da ein Leben quasi geschenkt kriege. Mach ich das doch gleich mal. Na, komm. Na los, Japaner von Capcom. Das kriegst du nicht zweimal gesagt. Ich möchte bitte sterben. Danke. Continue. Genau. Erstmal Leben einsacken. Ja, er hat Sack gesagt. Ich sollte diese Sätze lassen. Das kann nicht gut enden. Ja, lol! Ja, lol! Ich weiß egal, dass mir hier einer geschenkt wird. Hier werden generell ziemlich viele Tanks geschenkt. Was hier auch bei der nächsten Stage völlig nachvollziehen kann. Hier irgendwas. Sack. Okay, oh ja, stimmt. Hier werden dann jetzt richtig viel wieder geschenkt. Ich glaube, den kann ich gleich... Hier gibt's... Ja, genau. Da muss ich ja die Wände zerstören. Wenn ich hier durch... Ähm... Wenn ich hier durchkommen möchte. So. Jet. Ich möchte jetten. Okay. So. So, okay. Hier hoch. Warte, der wird jetzt sein. Der feine Herr. Ja. Der feine Herr. Okay, warte mal. Warte mal, komm ich da mit dem Stern? Ich glaub... Da jette ich lieber eine Runde und umgehe den. Oh, oh. Zwei, drei, vier. So, er ist der Boss. Der Wily Stage. Alter, dieser Schildkröpenpanzer, irgendwas, Wixer. Ah, okay, der Boss ist leicht, muss ich sagen. So, der ist noch ein bisschen schnell. Ja! Gut. Ihr müsst da immer nach rechts gehen. Woran das wohl liegt? Oh. In diesem Fall mal nach links, damit wir hier ein Leben abstauben können. Wah, pfuh! Egal. Nichts passiert. Was sagte ich? Wenig Leben. Ey, sonst sind wir wirklich bei den, ich sag mal, bei den Anführungsstrichen Vorrunden. Nein. Nein. Nichts. So, Energie. Da war ja wieder so eine Geschichte mit auspassen und so. Sehr schön. Ja. Sehr schön. So. Hartnackel. Ein alter Bekannter. So. Mal konzentrieren. Bucht, es war zu. Das war grad schlecht. Muss ich jetzt mal sagen. Obwohl es ja teilweise auch, finde ich, daran liegen könnte, dass man, dass ich beim ersten Anlauf ja nicht sehe, wie viel der Rest noch, wie viel noch kommt. Ganz ruhig. Nein. 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 Fick dich. So ein Scheiß. Das ist nicht dein Ernst, ey. Hallo. So ein. Okay. Okay. Okay, zweiter Anlauf. Ach, das wird schon. Krieg schon hin. Okay, ist ja auch nicht so weit. Wir schauen. Vielen Dank.